Mein Opa war hier auf dem Werf gewesen, ein anderer Opa auch. Wenn man sagt, Arbeiter auf dem Werf, das ist schon was. Das ging groß, als Arbeiter an die Börse gegangen ist, quasi diese Werften zu Stück Papieren gemacht wurden und wie sie dann von Hand zu Hand gereicht wurden. Und wir konnten eigentlich nur zugucken. Wir sind immer die Doofen, denken, es wird gut. Und was ist heute? Heute haben wir erfahren, sind wir eigentlich arbeitslos. Aber ich habe gesagt, wer geht für so einen Hungerlohn, in diese Knochen-Schmiede. Ich? Wo soll ich sonst hin? Ist doch so. Machen wir uns doch nicht vor. Ich werde 44. Knolle, du kannst mit deiner Frau Zeitung austragen. Da verdienst du mehr und hast mehr Freizeit. Hast auch wieder recht. Ja. Eddie, der ist ein Lastdisch. Der wird eingestellt. Werner? Nö. Werner ist ein Zoll. Aber Christian, der ist noch durch. Der ist für einen Turnschuh. Werner ist er & der ist durch. Untertitelung des ZDF, 2020